Wir haben Digitalisierung in jedem Bereich. Industrie 4.0, Arbeit 4.0, alles ist 4.0. Und wir glauben, dass das gerade jetzt das wichtigste Thema ist oder eines der wichtigsten, weil Juristen sich endlich damit beschäftigen müssen. Und weil die Digitalisierung des Rechtsmarkts ein Trendthema ist, das sieht man in anderen Ländern, und teilweise wird das hier gerade verschlafen, deswegen ist das jetzt der richtige Zeitpunkt. Es war super, hat total viel Spaß gemacht, es war enorm inspirierend, viele nette Leute kennengelernt. Ich denke, an diesem Hackathon gab es eine sehr hohe Qualität der Organisation und wir haben uns geholfen. Fantastisch, erster Preis ist natürlich eine Ehre. Wir hatten elf Teams, die elf funktionierende Prototypen entwickelt haben, die auch technisch immer komplexer werden und auch von der Produktreife her immer besser. Das ist der Winner für heute, ich bin stolz, dass WizLegal erneuten wird. Zum Glück ist die Teilnehmendenschaft divers. Es sind ja auch nicht immer nur die Jungen, die aufbrechen. Ich würde mal sagen, Stefan Breidenbach ist sehr lange im Geschäft, ist aber einer der absoluten Vorderfront-Innovatoren. Und das ist interessant. So, zwei Types of Lawyers in the future. There's lawyers that work with AI, and there's lawyers that are unemployed. Das Schicksal von Regeln ist Code. Wir gehen als Juristen mit Regeln um, wir haben Prozesse mit Regeln und alles, was Regeln sind, wird definitiv in Code verwandelt werden. Da liegen Dystopie und Utopie ziemlich nah beieinander im Sinne von Yes, nie wieder arbeiten und auf der anderen Seite Oh Gott, nie wieder arbeiten, was tue ich jetzt mit mir? Deswegen freut es mich sehr, dass hier zum Beispiel auch dieses Jahr zum ersten Mal die Workshops eingebaut wurden und wo dann auch die Teilnehmer wirklich aktiv mitmachen konnten und man auch tatsächlich sehen konnte, welche Tools es gibt und wie man die benutzt. Und es wurde auch gefragt, was habt ihr für Probleme, was habt ihr für Sorgen, wo ist euer Leidensdruck? Also die Beziehung zwischen der Konferenz, den Machern der Konferenz und den Teilnehmern wird enger, glaube ich, und der Praxisbezug stärker. Das Daten ist das neue Öl, das wurde bereits erwähnt. Jeder, der noch länger als fünf Jahre arbeiten muss, muss sich damit auseinandersetzen, dass, wenn er nicht grundsätzlich die Art, sein Produkt zu verkaufen, ändert oder anpasst oder überdenkt, reflektiert überdenkt, extreme Probleme haben wird. Aus meiner Sicht kann man die Veranstaltung jeden empfehlen, der interessiert ist an neuen Dingen und das, was die Botschaft ist, die Leute sollen weiter aufgeschlossen sein, diese data-driven Juristen. Das ist das, was man den Anwälten, den jungen Leuten mitgeben muss. Seid aufgeschlossen für andere Profile und die Konferenz ist aus meiner Sicht ein super Event, um genau dieses Mindset mal zusammenzuführen. Gottzuk!'' follow! Gottzuk! Tut? 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 emerges Tut? rid atau mycket verset